Eine Handlung hat zwei Gesichtspunkte. Eine Handlung hat Folgen und Resultate. Er erwähnt hier zwei Dinge. Er sagt, wir suchen Zuflucht bei dir vor dem Sayyiat unserer Handlungen, also dem Übel unserer Seele und dem Sayyiat unserer Handlungen. Das kann zwei Sachen heißen. Entweder dem Übel, das aus unseren Handlungen entsteht und hervorgeht, oder unsere schlechte Handlung einfach. Hier auch in diesem Vers. Die gute Handlung führt dazu, dass eine weitere gute Handlung entsteht. Es ist wie so eine Kettenreaktion. Du machst den Beginn und wenn diese Kettenreaktion begonnen hat, dann musst du dich einfach nur noch mitgehen lassen. Das heißt, ich glaube in der deutschen Sprache gibt es so ein Sprichwort. Aller Anfang ist schwer. So kann man das hier auch sehen. Der Anfang ist schwer und danach kommt aber die Erleichterung. Und die andere Sache, eine Handlung führt auch zu einem gewissen Ergebnis, einem Resultat und das ist hier die Vergebung. Genauso sieht es mit den Schlechtlichkeiten aus. Eine Schlechtlichkeit, wie Ibn Qayyim sagte, Die eine der Bestrafungsformen, eine Strafe der Sayyya ist nicht immer gleich, dass ein Erdbeben kommt und ein Haus einstürzt. Oder dass du arm wirst und krank wirst. Es gibt viel schlimmere Rukubat. Das sind die, die man nicht bemerkt. Und deswegen sagt Ibn Qayyim sagt, Die eine der Strafen der Sayyya ist die Sayyya danach. Die aus ihr Gebär, die durch sie gebärt wird, durch die vorherige. sieht es nicht nur, in der Sie lle